Gut, wollten wir hier mal bei der Terrasse von Nashola weitermachen. Wir haben gestern ja noch eine Vision gemacht. Haltlos benutzt Wellensprecherin Valoren Seepferd, um zu Admiral Worek unter der südlichen Terrasse in den Ruin von Vashir zurückzukehren. Soll ich mal ein Ticket schreiben? Dass hier in Vashir alle schwimmenden Mobs so gesehen im Boden hängen. Hm. Der Admiral hat es nicht geschafft. Er war ein guter Mann. Er war streng, aber fair. Und ich kenne nicht mal mehr seinen Namen. Gut, dann gehen wir halt hier zur Höhle zurück. Ähm, beenden. Ein verzweifelter Plan. Trefft euch mit Ingenieur Hexersept auf dem Bilarangrad. Willst du mich verarschen? Ich will verkaufen, mein Freund. Und was du mir hier für Reparaturkosten abgezogen hast, ist eigentlich schon eine Schweinerei. Okay. Dann. Ja, vor allem, wir waren gerade eben da. Die eine Quest haben wir genau da abgeschlossen. Da oben. Und jetzt sollen wir nochmal da hinschwimmen. Danke. Aber die Quali sind nicht mehr da, oder? Weil es ja Visionen aus der Vergangenheit. Doch, die sind noch da. So, hier unten hin. Immer vorbereitet. Besorgt eine Überlebensausrüstung der Allianz. Seil-Akrobatik. Sammelt acht Quali-Seile. Äh, von denen kriegen wir die Quali-Seile. Wenn sie denn droppen. Ach, da gibt es noch eine Quest. Warum habe ich nicht darauf geachtet? Hä? Oh, da lag auch ein Seil. Also Seile können auch so rumliegen. Da ist der Walhai. Wenn wir den killen, passiert glaube ich nichts. Ein Stich euch zu töten. Bezwingt den Walhai in Waschir trotz oder vielleicht wegen der Tatsache, dass er keine Beute hinterlässt. Also es gibt da einen Erfolg. Ja, haben wir doch gut gemacht, ne? Äh, wo war jetzt die blöde Quest? Da. Ja. Kriegen wir die. Ähm, feindliche Gewässer. Töte zehn Schlickhautschnorrer. Die sind etwas weiter weg. Hier haben wir einen Dudu. Der soll machen, was er will. Ja, das ist halt der Vorteil bei einem, äh, PvE-Server. So, wir haben drei Seile. Och, kommt, Leute. Traubt mal ein paar Seile hier. Ich will mehr Seile. Noch mehr Seile. Genau so muss das sein. Und hier müssen wir Schlickhautschnorrer killen. Zehn Stück von denen. Und war hier nicht auch irgendwo die, äh, Allianz Ausrüstung. Ja, wir müssen hier mal kurz killen, damit wir genau sehen, wo welche Quest gerade ist. Hm. Drei. Zwei. Ein, zwei oder drei. So, ähm, hier in dem Boot. Äh, hier geht's rein. Hallo, komme ich da nicht so rein? Ei, ei, ei. Hallo? Was willst du eigentlich von mir? So, da ist das. Sehr schön. Komme ich hier raus? Ich will hier raus. Hilfe. Hier. Nö. Hier. Ach, wir sind schon draußen. Okay. Ähm. Wir brauchen jetzt noch zwei Qualdesider. So, ähm, Qualdesider. Da drüben liegt eins rum, das holen wir uns. Und du hast gefälligst das Letzte. Geht doch. Wenigstens einmal wird auf mich gehört. So, bitteschön. 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 Und bitteschön. Ehre und Privileg. Schwimmt zur Oberfläche, holt die Leuchtpistole und feuert ein Rettungsleuchtfeuer in Richtung der Allianz-Schiffe. Zum Rettungsballon an der Oberfläche geschwommen. Das wäre dann hier. Grupp. Und das hier abfeuern. Hallo. Sehr schön. Beendet. Willkommene Nachrichten. Kehrt zu Captain Taylor am stillen Strand zurück. Echt jetzt? Ich würde aber über Wasser weiter questen. Wo sind wir hier eigentlich? Ah ja. So, stille, äh, stille Schrand, äh, stille Schrand, äh, stille Schrand, Strand. Ei, ei, ei. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Äh, hier ist zum Beispiel Horden-Stützpunkt. Und hier drüben dann Allianz-Stützpunkt. So. Und wir sind da. Jo. Beendet. Das Licht sei mit euch für die Allianz. Jetzt müssen wir wieder zu ihr rüber. Äh, Vision der Vergangenheit. Aufstieg aus der Tiefe. Werte Zeuge der letzten Geschichte der Kriegsmaid, indem ihr ihre gebrochene Klinge im Tempel von Keldormir benutzt. Okay. Ähm. Da müssen wir nach oben. Ich glaube nach ganz oben. Oder? Hier. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir bleiben erstmal auf der Ebene hier. Wir können ja dann immer noch nach ganz oben. Ne, hier ist zu. Also doch ganz hoch. Boah, ich schwitze schon wieder. Mit 29 Grad. Das ist schlimm. So. Hier oben. Wollen wir heute. Wir sind jetzt bei. Kurz vor zwölf Minuten. Ja, dann wird es heute mal eine kurze Folge gewesen sein. Gut, wir machen dann morgen hier weiter mit der letzten Vision. Nein. Daniel. Vielen Dank.